Willkommen zurück auf meinem Kanal. So wird das Wetter zum Japan Grand Prix. Die Wetterfeuersage ist natürlich nur eine Prognose und kann sich jederzeit ändern. Am heutigen Medientag soll es eine Regenwahrscheinlichkeit von 90% geben. Dazu wird es nicht wärmer als 20 Grad Celsius. Das sind die letzten Spuren von Taifun Trami. Am morgigen Freitag soll es nicht wirklich besser werden. Die Regenwahrscheinlichkeit ist immer noch bei ca. 60% bzw. im zweiten freien Training sogar bei 80%. Aber das Quecksilber klettert auf 22 Grad mit etwas mehr Wind. Am Samstag geht die Regenwahrscheinlichkeit auf 60% zurück, aber der Wind wird noch mal deutlicher als am Freitag. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Wetter wird zum Rennsonntag fast das Gegenteil zu den drei anderen Tagen, denn es werden bis zu 30 Grad Celsius. Der Regen ist zwar nicht komplett ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt auf 40%. DRS durch 130R? Die 4 hat sich gegen eine zweite DRS-Zone in Japan entschieden. Die meisten Piloten können diese Entscheidung nicht nachvollziehen, denn die 130R wäre mit geöffneten DRS kein Problem. Sergio Perez erklärte, dass man bis 2012 das DRS öffnen konnte, wo man wollte. Er ist damals schon mit offenem Heckflügel durch die 130R gefahren. Auch in Silverstone hat die Rennleitung vor Monaten das DRS durch Kurve 1 erlaubt, aber aufgrund der Abflüge von Ericsson und Grosjean, die beide den DRS-Knopf verfehlten, habe man in Japan darauf verzichtet. Vettel findet das DRS genauso wie Grosjean nicht so toll, da es künstlich ist. Außerdem ist er der Meinung, dass es nur den Top-Teams helfen würde. Als Beispiel nennt Grosjean Red Bull aufgrund des Anpressdrucks. Morgen wollen die Fahrer Charlie Whiting in der Fahrerbesprechung umstimmen. Ansonsten würde es laut den Fahrern wieder ein langweiliges Rennen werden, wo man nur hinterherfährt. Ob es wirklich zu einer zweiten DRS-Zone in Suzuka kommt, bleibt also abzuwarten. Ferrari zeigt neues Design. Am heutigen Donnerstag hat die Scuderia ein neues Design vorgestellt. An vielen Stellen des SF71H und auf dem Rennanzug ist der Slogan Mission Winnow angebracht. Das englische Wort bedeutet übersetzt so etwas wie die Spreu vom Weizen trennen. Der führende Tabakhersteller und Hauptsponsor Philip Morris hat seit Beginn der Saison für rote Flächen bezahlt. Interessant ist auch, dass sie kein spezielles Produkt bewerben möchten. Man möchte mit dieser Initiative sagen, dass die 1,1 Milliarden Raucher auf dieser Welt das Rauchen aufgeben wollen. Es könnte aber auch sein, dass das Win Now ein Zeichen nach dem Russland Grand Prix ist, das man jetzt gewinnen muss. Und jetzt hätte ich gerne eure Meinungen zu den einzelnen Themen in den Kommentaren. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.